hallo ihr lieben zu matrix 230 danke dass ich heute wieder da sein darf heiko heute wird es richtig richtig spannend für euch also ich muss jetzt mal fragen irgendwie bis sollte komisch friedrich was ist denn los erzähl mal also irgendwie ist das eigenartig mit ihr hallo ihr lieben gerade habt ihr ja meinen zwillingsbruder sag ich mal hier sehen was er euch kurz erzählt hat hier die zwei drei sätze war nicht ich persönlich sondern ja das war alles von der ki erstellt künstliche intelligenz sowohl das video war nicht echt als auch die stimme die ihr gehört habt war auch nicht echt sondern habe ich vorhin mal kurz in fünf minuten entworfen am pc um euch heute mal eine einleitung zu bieten die zeigt was mit ganz wenigen klicks mittlerweile schon möglich ist natürlich noch nicht perfekt wenn ich mich jetzt einen halben tag ansetzen würde würde da ja keinen unterschied mehr sehen und wenn das leute machen aus hollywood die schaffen es auch in fünf minuten schon mit dem richtigen programm dass man den unterschied nicht mehr sieht und damit auch von meiner seite herzlich willkommen zu matrix 2030 ich freue mich dass es wieder los geht ich freue mich ganz besonders dass man wieder so eine sendung machen weil das eine erfrischung auch für mein bewusstsein und für viele die uns verfolgen weil gerade jetzt wo wieder über die wahlen gesprochen werden söder hat dies und das und hoch runter hin her also wenn man jetzt mal einfach bewusstsein verändert und sagt hat der das gesagt waren eigentlich überhaupt wahlen immer so grundsätzlich wenn man also nullkomman nichts das hatten wir vor kurzem ja mal ein beispiel mit diesem tages themensprecher was das beispiel war der nie gesagt hat und wurde eingeblendet was heißt denn jetzt überhaupt wie wollen wir unsere zuschauer mitnehmen zu dem thema was ist jetzt deine intention warum wir das heute bringen für mich ist ja immer das spannende daran dass man deshalb bei mir der spruch bewusstseinschaft freiheit dass man sozusagen eine ebene höher geht und wie du schon angedeutet hast rausgeht aus diesem nur politischen und diesen ganzen kleinen baustellen die aus meiner sicht ja nur ablenkungsherde sind und an diesen beispielen sieht man jetzt alles was ich auch in meinem buch das ende der uns bekannten welt geschrieben habe holt uns jetzt alle ein also die sachen passieren so ja teilweise noch schneller als ich selber gedacht hätte also aktuell jetzt wirklich im wochentakt dass die dinge rauskommen und auch im fernsehen gab es jetzt neulich die erste show ich weiß jetzt gerade nicht mehr wert war aber wo jemand sozusagen die jubiläum show hatte bei zdf und sich selber in einer talkshow interviewt hat 30 jahre früher also jünger sozusagen wo sie mit k.i.de gebaut haben dass der 30 jahre jünger mit in der talkrunde sitzt sozusagen krass also auch da wird sozusagen jetzt langsam genutzt und daran kann man eben wenn man nicht weiß dass das wird jetzt immer mehr kann man sich umso mehr auf sich selbst besinnen umso mehr raus gehen aus dieser medialen blase also mediendiät hat unser bäderfreund olaf damals schon immer als ich ihn kennengelernt habe gesagt das beste was man machen kann mediendiät und dem kann ich mich nur anschließen einfach mal sagen man macht das mal alles aus und geht wieder mehr in die natur auch die dinge die du in dem spirit format immer ansprichst um sich selber zu finden wir beide machen jetzt oder ich bin zum glück teil des seminars was du machst darf dabei sein da werden wir leuten ja auch viele in diese richtung mitnehmen und das ist immer wieder mein appell und deshalb habe ich auch ein buch gab es jetzt gerade in englisch übersetzt unter anderem auch mit viel künstliche intelligenz als hilfe also ich selber wie gesagt kann ich sagen das ist schon sehr sehr weit fortgeschritten und jede woche für woche richtig krass weiter und habe dabei auch wieder ja mein buch quasi selber noch mal durchgelesen und kann auch nur sagen die letzten drei vier kapitel wer zu hause liegen hat schon lest die mal noch mal da steckt 114 drin wo man sich dann auch fragt wie jetzt hier weiter was kann ich tun ich muss sagen da sind wirklich viele praktische tipps auch drin wie man das ganze für sich selber umsetzen kann ich kann immer noch wie gesagt im auto da ist halt eine sd card eine kleine regelmäßig rein in deinem buch irgendwas mittlerweile so habe es vier fünf mal schon durchgehört das sind wirklich einzelne kapitel wie metropolis weil ich dir erzählt habe weil ich sehr mag mit fritz lang die erklärung dna finde ich hochspannend weil es hat ein lieblings kapitel und ich muss dazu sagen wenn ich so an dem markt mal links rechts oben unten gucke befasst sich ja gar keiner damit also das ist ja unsere intention schon immer gewesen zu sagen wir wollen ein bisschen weiter voran streiten als weiterhin wie andere kanäle auch wenn die zwar viel größere aufrufzahlen haben als wir die aber immer nur meckern und sagen die hat jetzt wird gesagt die grünen haben wieder erlogen uns betrogen und jetzt ist da wieder ein krieg da ist da hoch runter bringt kein menschen weiter aber wenn leute sagen ich will mich aufregen wo man sich dann fragt wer wisst du denn ob die bombe gerade eingeschlagen hat woher weißt du nicht ich sage nur what's the dog damals ist ja legendär der film 97 kam da glaube ich raus mit robert de niro und das den hoffmann wo damals schon da war internet noch in kinderschuhen gezeigt worden ist wie ein krieg inszeniert wird aber nur hollywood vorher gedreht damals in kosovo wie der zufall das so wird kurz vor dem kosovo krieg übrigens und das muss jeder für sich selber aus meiner sicht ausmachen nochmals kurz zum seminar wir sind leider ausgebucht kann nur sagen ich freue mich ganz besonders dass viele von euch vorbeikommen und sagen hey ich möchte mehr von diesen themen erfahren aber nicht nur erfahren sondern praktische übungen machen um wirklich nicht nur in meine mitte zu kommen sondern wirklich an meine gottes essenz zu kommen für alle anderen ich weiß wir haben viele nachfragen wir werden es noch mal machen also nicht nur einmalig für die die jetzt nicht dabei sein könnten wir haben derzeit zwar eine warteliste stehen schon einige drauf falls aber nur wenn zwei drei leute krank werden sollten mehr geht da nicht mehr gut jetzt zurück noch mal zu diesem thema was motiviert dich überhaupt dadurch immer weiter mit der sache zu befassen naja ich habe ja von anfang an gesagt dass hinter diesen ganzen themen wenn man wirklich mal hinter den vorhang guckt und den weg zieht so wie ich es im buch mache dass sich dann jans jans spannende sachen auch im eigenen in der eigenen auseinandersetzung mit sich selbst und den fragen wer bin ich warum bin ich hier berufung also all diese sagt man spirituellen themen die wird wirklich darum geht im leben wo wirklich dann man hingucken muss auch bei sich selber an die stellen die manchmal eher im verborgenen liegen halt kommt in diesem technischen prozess auf uns zu sozusagen und das ist die riesen chance darin und man kann vielleicht sagen ich spreche auch in dem buch viel über magie angewandte magie ist für viele immer so ein wort was aus dem zirkus erkennen als aus dem okkultismus aber in allen die heimgesellschaften und co also überall wo die macht in den letzten jahrtausenden war war magie ja ein zentraler bestandteil der angewandt wurde und bei magie ist ja die hauptebene wie das funktioniert immer dass hier ein ablenkungs herz geschaffen wird wo alle hingucken und währenddessen wird der trick gemacht also man hat diese zwei ebene immer die bewusstsein und den fokus der menschen auf die eine sache lenken damit auf der anderen seite der trick gemacht wird so funktionieren ja auch die großen magien sozusagen die großen magier auch in hollywood und co und jetzt hat halt jeder sozusagen aus meiner sicht selber die chance und auch die wahl letztendlich und die verantwortung selber zu wählen will ich weiterhin die ganze zeit drauf gucken da wo der scheinwerfer hingelenkt wird auf diese ablenkungs herde ja klima politik irgendwelche wahlen irgendwelche konflikte die hoch sterilisiert werden gender thema nutzen wir die sprache so oder so das ist ja alles nur da damit menschen sich gegenseitig aufregen bekämpfen spalten und so weiter oder möchte ich mal jetzt den blick hinter die fassade lenken da wo dunkel ist und da zum beispiel durch bücher die wir schreiben zum beispiel indem man sich selber damit auseinandersetzt ja indem man offen ist für neue dinge sich damit auseinandersetzen und nicht weiterhin da wo man hingucken soll weil jedem muss klar sein man kann alles zu wahlen denken was man will alles gut aber solange ich mich darüber aufrege was politiker xy sagt tue ich genau das was ich tun soll im system du gibst ja sage ich auch aufmerksamkeit das wächst das wächst und zum thema magie will ich kurz was sagen das ist ein thema also wenn ich jetzt zurückgucke die letzten 20 jahre sind mir ganz 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 wenige menschen über über den weg gelaufen einer bist du muss man schwererweise sagen die in der thematik gut drin sind vertraut sich damit fühlen und du kannst dich erst drehen und wenn wie du willst was du ja weißt du landest immer da und interessant ist ich sage es jetzt mal so selbst leute die in der öffentlichkeit unterwegs sind und die jetzt sag ich mal weltliche machtpositionen haben selbst die im tiefsten inneren rennen hin und beten ab als um ein beispiel zu sagen zwei beispiel eigentlich dazu erste beispiel mal ein bisschen weltlich betrachtet ist ernst jünger ernst jünger bekannter mann literat bester freund von albert hofmann der immer sagte lsd hat ihn gefunden und nicht eher lsd so und was ist passiert ernst jünger hat xd trip mit ihm gemacht hochspiritueller mann überreden kann er so nicht reden und heimlich und leise ist um eine ecke helmut kohl angedackelt gekommen so ja mit der rung und die wollten die haben zwar selber ihre seele alles verkauft sagen aber trotzdem wussten sie wie goethe damals auch dass er genies gibt und sie wollten etwas partizipieren von dieser energie und bei elester krauli wenn man den namen schon sah fallen andere rückwärts um wir wissen dass die schreibt über die thematik übrigens gerade ein buch mal so am rand um genau diese themen dass viele rockstars sich ja damit identifiziert haben führt aber zu weiter zu erklären spannend ist aber das weißt ja auch bei krauli ein fleming beispielsweise der erfinder von james bond war ein freund von ihm bei goldfinger goldfinger hat er früher die rolle gespielt ist goldfingers aber eigentlich meinte er damit krauli so und orlas haxley hat sich mal ernst auf die locker in berlin mit krauli getroffen und krauli hat ihn erstmal erklärt wie man mit bestimmten drohungen umgeht also ich will ja nur sagen wo jeder sagt mit dem mann will ich ja gar nichts zu tun haben ganz böse der teufel überhaupt der größte satanist aber irgendwie sind sie alle rumgedackelt und wollten von dieser energie was haben ich weiß es viele wieder falsch verstehen ja jetzt haben sie sich geoutet jetzt sind darum geht es ja nicht es geht einfach nur darum könnte weiter zurück rennen weißt du selber zu pythagoras der die erste ich sag jetzt mal fast esoterische schulungssystem aufgebaut hat und das hast du überragend in dein buch eingebaut diese themen verwoben mit der jetzigen zeit und dafür bin ich dir dankbar und wenn ich mir die kommentare bei youtube bei amazon angucke ist auch schon überragend die menschen die das verstehen zumindest so hast du noch eine schlussbotschaft heute zu diesem thema weil wir wollen ja nicht immer lang machen kurz und knackig ist unsere intention ja kann mich dem nur anschließen und sozusagen sagen dass die viele leute glaube ich haben nach diesem erkennen erwachen verändern was du ja geprägt hast auch haben erkannt dass bestimmte sachen ablaufen um sie zu manipulieren und jetzt kann man den schritt nähen und nicht nur erkennen wo werde ich manipuliert sondern man verstehen warum wird diese manipulation überhaupt gemacht weil die leute die da sag mal auf der offensichtlichen ebene beteiligt sind die haben mehr geld als jemals ausgeben können die haben alle macht die haben ihre ruhe die haben eigene inseln warum macht man das alles ja so und das steht zum beispiel im buch drin oder man kann zumindest seine eigene antwort darauf finden weil die nicht darum mit vorzukommen sondern dass jeder zur erkenntnis kommt und in diesem sinne würde ich sagen für heute reicht die geschichte und wir können wenn du magst ja hinten raus noch mal einblenden mit der kai was man da auch so machen könnte wenn jemand sozusagen schlechte informationen verbreiten würde mit deiner stimme hallo ihr lieben ich muss euch heute mitteilen dass ich meine meinung geändert habe bitte lasst euch impfen und hört auf die regierung im endeffekt ist karl lauterbach doch ganz okay und ich habe mich leider geirrt ich hoffe ihr verzeiht mir und bleibt trotzdem treu an meiner seite euer heiko genau aber fleisch und blut könnt ihr mir glauben ist der echte friedlich aber in zukunft oder demnächst kann man nicht mal glauben dann könnte es dann vielleicht stehen wir gar nicht hier sondern das haben wir nur durch die kai erschaffen seite spannend bis zur nächsten sendung freue mich auf euch alles liebe sichere dir jetzt eine der letzten ausgaben der brisanten neuerscheinung das ende der uns bekannten welt und lerne die geheimen hintergründe der aktuellen veränderungen unserer welt kennen mit kapiteln wie dna die hohe dimension in uns genetik von den toten auferstehen meint upload die digitalisierung der spezies der übermensch hitler und der traum der knechtschaft und vielen weiteren spannenden enthüllungen unserer aktuellen zeit dieses buch ist wahrhafter sprengstoff der die lügen der machthaber gnadenlos entlarvt und zum selbstständigen nachdenken anregt doch vorsicht die herausfordernden kapitel eignen sich nur für menschen die bereit sind der wahrheit ins auge zu blicken und ihr weltbild zu hinterfragen die Untertitelung des ZDF, 2020